Wenn ich jetzt verliere, dann kriegt der Zellux von mir ein Geschenk, okay? Oh Gott. Geht aber weg hier! Das ist meine Sprungfläche. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Vollgeist. Und wir sind jetzt hier direkt schon auf dem Map-Rollweg unterwegs. Und ich lege mich direkt hier aufs Maul. Aber egal. Äh, ja, gut. Hilfe! Gut. Einfach drüber hier. Oh Gott. Warum werden denn hier heute alle hier platt gemacht? So, drauf hier. Sind ja immer schneller hier. Was ist denn hier los? Rennen. Egal. Letzter Versuch hier. Ich weiß, ich bin nicht warm gespielt in Vollgeist. Aber auch egal. Das schaffen wir doch. Der erste ist schon im Ziel, finde ich nicht gut. Drüber hier. Drüber hier. Drüber hier. Drüber hier. Ah, und da bin ich auch im Ziel. Schalalala. So, Runde ist beendet. Habt ihr ersehn, wie der da geklebt hat? Ähm. Ja, ich fliege da drunter. Andern aber. Tschüss. Na gut. Team Map geht eigentlich. Ich bin einer der Beste. Aber. Let's go. Los geht's. Run. Dödödödödödöd. Immer startet die Vollgasmusik so Ich mag die Musik Sondern sieht man da Wo die Leute wieder zurückliegen Okay Ist eigentlich hier unten viel besser Ich bin seitdem immer hier oben lang Das hier ist auch der bessere Weg 3, 2, 1, let's go Perfekt Jetzt hätte ich auch den Ventilator Und zu früh gesprungen Egal Zum Glück qualifiziert Zwar gefühlt am Ende der Welt Aber egal So jetzt leben nur noch 29 Jetzt bin ich mal gespannt was wir für ein Spiel kriegen Sprengclub Geil Da bin ich gut drin Ich zeige euch jetzt Maschine Da stehe ich Da stehen die anderen Ja das schaffen wir Erster Geheimtrick Immer erst mit den Dingern laufen Bis die sehr schnell werden Also so in der Art Das ist super so Weil so werdet ihr auch nicht umgemäht Dann stellt ihr euch ganz schneller wird hier hin Und landet als zweiter raus Oder fliegt als zweiter raus Genauso macht man das Komm schon Spiel Wenigstens einmal das Finale Kannst du mir jetzt mal gönnen hier Ich finde das ist schon eine Frechheit Er hat einmal ins Finale hier Hör mal Hör mal Er Kreisel meine Damen und Herren Auch sehr geil Ach hoffentlich Da komme ich wenigstens diesmal als erstes ins Ziel So meine Damen und Herren Jetzt kommt die Vollgeist Legende Ich spiele tatsächlich seit Season 1 Vollgeist Kann man sich gar nicht vorstellen Aber ist durch die Wahrheit Aber in Season 1 habe ich auch nicht richtig Vollgeist gespielt Also wieder so ein bisschen hier hier da ein bisschen Also eher so entspannt wisst ihr Oh Gott wie wir hier vorgeboostet eben wurden Das ist sehr gut So Hoch hier Oh Gott letzte Sekunde fast wären wir hier weg Geboostet worden Sehr gut Oh es getribbelt sein Urgroßvater Oh da ist der Erste im Ziel Langnase Was war ich? Dritter oder vierter oder so Boah Ich werde hier nicht rausgeboostet Das könnt ihr aber glauben Junge Vollgeist Hindernisrennen meine Damen und Herren Da kommt der Profi wieder zurück So weiter geht's Hier Geheimtrick Guck mal hier runter Das ist der schnellste Weg Ihr seid doch wirklich alle doof Ihr rennt mir alle davor Geil Oh Gott So geil So gut Aber Oh geil vorgeboostet Geil Und Da bin ich im Ziel Das war jetzt wirklich frech Nein Da sind wir eben rausgeflogen Kein weiteres Kein weiterer Kommentar dazu Oh Gott es geht los Ich habe gerade aufs Handy geguckt Oh Gott Wir machen die GHG Taktik Und komme ich eigentlich immer zu den unpassendsten Zeitpunkten hier Naja Wenigens jetzt ist besser Aber Wo ist denn doch keiner rausgeflogen Naja Solange ich da draus fliege Ist ja Alles gut Oh Gott Vier sind raus Das ist aber auch bei dem Spiel wäre ich Glückssache Da bin ich qualifiziert Direkt nächstes Minispiel Nein Na gut Da bin ich in der letzten Folge Irgendwie als erster reingekommen Und letzter Lux war irgendwie voll Voll böse auf mich Ich zeige euch wie das geht Wenn ich nicht rausfliege Let's go Let's go Einfach springen Weil dann kommen immer die goldenen Ringe Die sind nämlich immer ganz weit oben Ja Ja Ich weiß doch wo die goldenen Ringe sitzen Du Hund Da bin ich durch Reinsprung Oh Mann Wir können nicht kriegen Was für ein Verdammt Da Müll Geht aber weg hier Das ist meine Sprungfläche Es bleibt alles so Wie es hier ist Und es wird hier Nichts dran holten Oh Gott Ihr seid aber echt Rentner Nein Nein Da ist schon der erste im Ziel Kri-Tash So Noch ein Punkt Dann nehmen wir gerade Schnell den da Da bin ich qualifiziert Ach nö Das ist so Mist Na gut Äh Ich komm damit Einer hat Laufend durch Menschlich gesehen Ziemlich abstoßend Nee oder Nee Ja Ich seh schon meinen Tod Wenn ich jetzt Bei der Runde rausfliege Kommt jetzt die Abmoderation Oh Gott Oh Gott Betriebe Ja 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 Komm Gibt's einen der Free ausprobiert Nein Nein Heck ist es Mich Und wenn das Spiel noch eine Viertelstunde geht Oh Gott Und Ins Ziel Oh Gott Was war das Wir hätten da noch eine Viertelstunde gestanden Ich schwöre es euch Leute Nein Hoffentlich Komm Bitte Jetzt muss ich gut spielen Leute Dann hole ich jetzt noch den Sieg Wenn ich jetzt noch hier im Finale den Sieg hole Für das heutige Video Na gut Ich hab was Wenn ich jetzt den Sieg hole Dann Nee Oder wenn ich jetzt verliere Dann kriegt der Zellox von mir ein Geschenk Okay Oh Gott Seid auf euch alle Geisteskrank Gut Ich will nichts Le Zellox schenken Ich will nichts Le Zellox schenken Das Kind ist treu Ja Leute Das wird ein Short Wie Le Zellox sein Geschenk Bekommt Also Le Zellox bekommt sein Geschenk Ich weiß nur noch nicht wann Auf jeden Fall Leute Haut rein Bis dann Ciao Ciao Bis dann Bis dann Bis dann Vielen Dank.